Come on Vienna! Beim letzten Video meine ich, zu den Feierlichkeiten zum 125-Jahr-Geburtstagsfest unserer Vienna. Das dürfte relativ, ja, schang und klanglos an euch vorübergegangen sein. Also Resonanz habe ich nicht allzu viel von euch bekommen. Würde mich nach wie vor sehr freuen, wenn ihr euch ein bisschen einbringen würdet und mir ein bisschen was schreiben würdet, was ihr gerne machen würdet, was ihr euch erwartet. Oder, ja, hoffen, dass der Verein irgendwas organisiert. Aber ja, wie gesagt, Hoffnung stirbt ja bekanntlicherweise zuletzt. Zumindest sollten wir zum 125. Geburtstag, um den 22. August, ein ordentliches Fass aufmachen, würde ich sagen. Oder, was sagt sie? Seid ihr dabei? Also ich glaube schon. Ich glaube, wir sollten da ordentlich was anstellen und zeigen, wie wichtig uns die Vienna ist und natürlich auch, wie wichtig uns der Fußball in Österreich ist. Denn es geht natürlich auch um 125 Jahre Fußball in Österreich. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir sind ja schließlich der erste Verein in Österreich, der erste Fußballverein in Österreich. Ja, was gibt's noch zu sagen? Toto Cup läuft gut. Leider Gottes geht das ein bisschen unter. Hier beim Verein wird nicht allzu viel promotet, aber es ist trotzdem eine Prestigeangelegenheit für unsere Vienna. Denn wenn wir das gewinnen sollten, schaut auch recht gut aus, dass wir uns dann Ende Mai im Happelstadion wiedersehen, zum Finale des Toto Cups, dann können wir nächste Saison auch gegen höhere Mannschaften spielen. Und das heißt wiederum mehr Publicity, das heißt auch wiederum mehr Geld und so weiter und so fort. Also könnte man in mir ein bisschen mehr die Fans, sagen wir mal, animieren und auch informieren. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Am 15. Mai ist Mitgliederversammlung der Vienna. Schaut, dass ihr euch rechtzeitig anmeldet bzw. dass ihr auch recht zahlreich dabei seid. Denn es geht natürlich darum, sich hier auch ein bisschen einzubringen beim Verein. Es sind ja noch einige Fragen offen bzw. könnte man hier auch Fragen stellen. Wie schauen die Finanzen aus, was ist geplant für kommende Saison, gibt es ja ein Worst-Kiss-Szenario und und und. Also es wäre ganz gut, hier ein bisschen mehr vom Verein zu erfahren bzw. natürlich auch zu fragen. Denn nur wer fragt, bekommt auch Antworten. Und das sollten wir schön langsam mal wieder bekommen. Wie gesagt, es wäre schön, wenn es wieder auch mal einen Fan-Abend gibt. Wurscht auf der Hohen Warte oder ganz woanders. Wie schaut es auch in der Meisterschaft aus? Da schaut es mittlerweile nicht mehr so gut aus. Denn Simmering darf das Match wiederholen und hat dadurch die Chance zu gewinnen. Und er hat nur mehrere 3 Punkte hinter uns zu sein in der Meisterschaft. Das heißt, einen Ausrutscher dürfen wir uns nicht erlauben. Denn ihr wisst, mit der Dorf-Differenz haben wir trotzdem verloren. Also ja, weiter voll anfeuern. Es sind noch einige Matches bis Anfang Juni. Und dann hoffentlich feiern wir alle gemeinsam hier auf der Hohen Warte oder spätestens draußen bei LA Riverside. Ganz egal, Hauptsache es wird gefeiert, Hauptsache es wird aufgestiegen in die Wiener Stadtliga. So schaut es aus. Was gibt es noch so zu berichten? Das Buch, meine Lieben. Das wichtigste Thema für mich in dieser Saison. Das nähert sich schön langsam dem Finale. Ihr wisst, ich habe den dritten Eindruck, das heißt das dritte Probe durchmachen lassen. Ich war nicht hundertprozentig zufrieden. Und ihr wisst, es soll spitze werden. Es soll ein Meisterwerk werden. Und es soll euch und natürlich auch mich stolz machen. Und deswegen habe ich noch ein paar Sachen ausbessern müssen. Und habe noch einen Probedruck machen lassen. Das heißt, noch ein paar Bilder ausarbeiten lassen. Und die sollten jetzt nächste Woche, also Ende April, sollten die zu mir kommen. Dann kontrolliert die Karin und ich die Bilder nochmal. Und beziehungsweise schauen wir uns nochmal das Layout in Ruhe an. Und dann, meine Lieben, haltet mir die Daumen. Dann werden die hundert Stück gedruckt. Und ihr werdet natürlich rechtzeitig informiert, wann die große Präsentation ist. Beziehungsweise wann und wie und wo ihr die Bücher erhalten, beziehungsweise kaufen könnt. Und nicht vergessen, es ist auch eine Spende für unsere Damenmannschaft, für den Nachwuchs. Es ist ein bleibendes Werk. Es ist limitiert auf hundert Stück. Das heißt, rechtzeitig auch die Wunschnummer reservieren. Da werden wir auch noch was einrichten, damit man sozusagen in einer Tabelle ausfüllen kann, welche Nummer ihr haben wollt. Und dann gibt's das. Dann gibt's das Vienna Fan Fotobuch. Ich bin schon so gespannt, ich bin schon so aufgeregt. Denn ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles Teil werden. Und ihr werdet wirklich, wirklich, wirklich stolz sein. Also, ja. Aber bis dahin muss man sich noch in Geduld üben. Es ist eben etwas Besonderes. Aber es ist auch gar nicht so einfach, so ein Buch umzusetzen. Es geht manchmal nur um Kleinigkeiten. Und dann geht die Zeit ganz schön dahin. Ich wollte eigentlich letztes Jahr im Herbst schon raus. Dann wollte ich aber noch unbedingt den Bertl drinnen haben. Und dann haben sich ein bisschen die Ereignisse überschlagen. Und ja, da habe ich gesagt jetzt, meine Lieben, jetzt, Ende Mai, schätze ich mal, werdet ihr das Exemplar eurer Lieblingsnummer vielleicht sogar in der Hand halten. Und dann, ja, dann ist das Projekt Vienna Fan Fotobuch von Common Vienna abgeschlossen. Und darauf freue ich mich auch schon ganz, ganz viel. Es wird wieder Fan-Gespräche geben. Darauf freue ich mich auch ganz, ganz besonders. Ich habe schon ein paar interessante Leute in Termingesprächen. Das heißt, bald wird das gedreht. Und dann werdet ihr es natürlich hier am Kanal rechtzeitig sehen. Es wird ein Special zur Meisterschaftsende geben. Und es wird natürlich auch ein Special geben zum Geburtstag im Sommer. Da lasse ich mir auch einiges einfallen. Aber ich brauche eure Hilfe. Und ich werde euch natürlich rechtzeitig informieren, was ihr dazu beitragen könnt. Und ja, wie ich euch gerne in diese Videos reinbringen möchte. Beziehungsweise wie ich unsere Vienna präsentieren möchte. Weil ich meine, Entschuldigung, man wird nicht jeden Tag 125 Jahre alt, oder? Ja da, meine Lieben. Gleich geht es hier los auf der hohen Warte bei der nächsten Runde im Toto Cup. Und ja, halten wir gemeinsam unsere Vienna die Daumen. Unterstützen wir, supporten wir sie recht zahlreich und lautstark. Ich hoffe wir sehen uns auch natürlich bei den anderen Meisterschaftsmatches. Nicht nur hier auf der hohen Warte. Und bis dahin... Come on Vienna! Come on Vienna! Nachけれin bitte! Na 3-2-1-0-1-0-1-0-1-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0. Und jetzt ist es ein paar Hornsfeinchen. Gästchen! Die erste, die erste, die erste, die erste, die erste! Amen. 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 Ja, liebe Vienna-Fans. 5 zu 0 gewonnen im Cup-Viertelfinale. Das Halbfinale wartet auf uns. Ja, ich hoffe, wir sehen beim nächsten Match wieder zahlreiche Vienna-Fans. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr versäumt rund um eure Vienna. Und bis zum nächsten Match. Also, come on Vienna! Wir sehen uns beim nächsten Mal.